Es ist irgendwas passiert. Wir müssen hier ganz schnell weg. Dad. Die sind wieder da. ...Verbot für die Presse und alle weiteren Medien. Wie uns aber von New York One bestätigt wurde, hat es Angriffe in Pittsburgh und Philadelphia. Das ist ganz schnell wieder vorbei. Versprochen. Auf der Landkarte existieren viele Regionen praktisch gar nicht mehr. Es klingt, als wären wir wieder in der Steinzeit. Menschen überleben. Wir können niemandem vertrauen. Keine Geräusche. Ich34 überniste mich. Ich habe unser Geld계quischen raus genommen. Und ich habe hier noch versucht. Ich habe hier eine McLaren Weise. Ich habe diese Re wreaktigte, dieser Reaktigsteil war auf,